Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 183 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Und passend dazu gibt es heute mal ein Motto-Shirt. Ja, es war eine Menge los eigentlich, aber viele kleinere Sachen, die können wir gleich in den Kurznews so ein bisschen abfrühstücken. Aber es gibt auch so ein paar andere Themen, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen müssen. Und vorweg schon mal, Spielewoche, da bin ich diesmal wirklich sehr weit über meinen eigenen Schatten gesprungen. Ich hoffe, das wird honoriert. So, starten wir mit einem kurzen Hinweis, denn ich nehme diese Sendung hier ausnahmsweise mal am Freitagvormittag aus Termingründen auf. Das heißt, die News vom Freitag sind hier wahrscheinlich größtenteils nicht vorhanden. Und wenn noch irgendwas Wichtiges passieren sollte, dann holen wir das natürlich nächste Woche nach. Alternativ schaut einfach bei uns auf der Homepage nach. Starten wir mit der News der Woche rund um Meta, dem Konzern von Mark Zuckerberg hinter Facebook, Instagram, WhatsApp und was weiß ich nicht alles. Meta hat jetzt angekündigt, dass man eine Partnerschaft mit drei Unternehmen starten wird, nämlich Asus, Lenovo und Microsoft in Bezug auf die VR-Brille MetaQuest bzw. deren Betriebssystem MetaHorizon OS. Das System wird man so ein bisschen öffnen für diese drei Partner, damit die neue Impulse setzen können, um im Endeffekt neue Kunden gewinnen zu können. Bevor jetzt einige von euch jubeln, nein, eine VR-Brille für die Xbox ist aktuell nicht geplant, soll es nicht werden, also weiterhin keine VR-Spiele für die Xbox. Vielmehr soll die Brille, laut Mark Zuckerberg, von der Xbox inspiriert werden. Was das genau heißt, das wird sie noch zeigen. Vielleicht optisch so ein bisschen angepasst, damit sie irgendwie zu den Konsolen das Gesamtpaket sich besser einfügt. Schwerpunkt ist sicherlich die native Integration des Xbox Game Pass bzw. des Xbox Cloud Gaming. Das heißt, ihr könnt dann doch auf der Brille eure Xbox-Spiele nativ direkt wiedergeben. Braucht man das? Ich weiß es nicht. Man hat im Endeffekt nur einen virtuellen Bildschirm vor der Nase. Aber mag ja auch ganz interessant sein, wenn man zum Beispiel sonst nur einen kleinen Monitor hat. Mag so ein großer Bildschirm direkt vor den Augen vielleicht ganz interessant sein. Keine Ahnung. Ansonsten haben wir darüber ja im Podcast, in der neuen Episode am Donnerstag gesprochen. Titel braucht die Xbox wirklich eine VR-Brille? Da sprechen Wolfgang und ich so ein bisschen über VR allgemein und natürlich auch über die Pläne rund um die Meta-Quest. Wenn ihr es verpasst haben solltet, schaut es euch gerne bei YouTube an oder hört es euch überall dort an, wo es Podcasts gibt. Im Zuge dessen auch eine News ganz interessant rund um das Xbox Cloud Gaming, denn das scheint Microsoft jetzt ordentlich ausbauen zu wollen. Bislang ist es ja so, dass man eigentlich nur die Spiele streamen kann, die auch im Xbox Game Pass verfügbar sind. Da hatte Microsoft schon vor einiger Zeit gesagt, dass man das optimieren möchte, sodass man auch gekaufte Spiele im Xbox Store, im Microsoft Store, dass man auch die streamen kann. Und die müssen dann eben nicht im Xbox Game Pass vorhanden sein. Aktuell scheint man dort das vorzubereiten, denn bei einigen Spielen ist tatsächlich jetzt in der Beschreibung so eine Streaming-Option aufgetaucht. Wohl noch nicht bei allen und funktionieren tut es wohl auch noch nicht so wirklich. Aber anscheinend wirkelt man da jetzt dran. Das heißt, in naher Zukunft sollte sich da etwas tun. Dann kommen wir zu den Wirtschaftsnachrichten rund um die Embracer Group. Schwedisches Unternehmen, in den letzten Jahren auf Wachstumskurs gewesen. Zukauf folgte auf Zukauf. Mittlerweile ist man ja eines der größten Unternehmen der Videospielbranche. Aber diese Reise ist jetzt wirklich mal am Ende. Schon in den letzten Monaten wurde ja deutlich, dass man sich mit den ganzen Übernahmen übernommen hat. Ja, was gehört alles dazu? THQ Nordic mit den ganzen Unterstudios. Playon, ehemals Koch Media mit Labels wie Deep Silver und den ganzen Studios, die dazugehören. Wir haben Esmodi, die Brettspielsparte. Wir haben Dark Horse Comics. Wir haben einzelne Entwicklerstudios, Gearbox, Saber Interactive, 3D Realms, Slipgate, Ironworks, Volition und so weiter und so fort. Alle die waren Teil einer wirklich unübersichtlichen Embracer Group geworden. In den letzten Wochen und Monaten hat man ja schon bereits einige dieser Studios verkauft, beziehungsweise auch geschlossen. Und jetzt kommt der nächste Schritt und man teilt die Embracer Group in drei eigenständige Unternehmen auf. Unternehmen 1 wird Esmodi mit Fokus auf Brettspiele sein. Unternehmen 2, da gibt es noch keinen finalen Namen. Das heißt erstmal Coffee Stain & Friends. Coffee Stain ist ein Indie-Entwickler. Und insofern liegt hier der Fokus auf Indie und A-Bezingweise AA-Produktionen für alle Plattformen inklusive Free-to-Play. Interessant ist, dass hier auch die THQ Nordic enthalten sein wird. Anscheinend machen die dann keine AAA-Games mehr. Und das dritte Unternehmen, auch dafür gibt es noch keinen neuen Namen, heißt vorerst Middle-Earth Enterprises & Friends. Fokus auf AAA-Games und das Lizenzgeschäft, denn man hält ja wirklich mächtige Lizenzen. Einmal, wie es der Name schon vermuten lässt, der Herr der Ringe. Dann Tomb Raider und so weiter und so fort. Enthaltene Studios sind hier unter anderem Crystal Dynamics, Dam Buster Studios, Eidos Montreal, Flying Wild Hawk, Tripwire Interactive, War Horse Studios, 4A Games, sowie auch die Dark Horse Comics und interessanterweise die Play-On-Gruppe mit Deep Silver, die ja bislang immer THQ Nordic unterstellt war. Also, Deep Silver macht weiterhin einen auf AAA. Die Aufspaltung beginnt ab sofort, soll 2025 abgeschlossen sein. SMODI und die Indie-Sparte bekommen neue Börsenlistings und die AAA-Sparte, die soll dann wohl das bisherige Börsenlisting der Embracer Group übernehmen. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Und dann machen wir weiter mit einem neuen Gerücht. Wir hatten ja letzte Woche schon mal über Exklusiv-Spiele gesprochen, die von der Xbox zur Playstation wandern und auch die von der Playstation zur Xbox wandern. Zum Beispiel Kena Bridge of Spirits, welches ja höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch erscheinen soll für die Xbox. Offiziell ist das aber auch noch nicht. Nun gibt es neue Gerüchte über ein durchaus interessantes Spiel, nämlich Helldivers 2. Helldivers 2, ein Third-Person-Shooter von den Arrowhead Studios, exklusiv für die Playstation erschienen. Und angeblich heißt es von inoffiziellen Quellen, dass Sony derzeit mit Microsoft da verhandeln würde, das Spiel auch auf Xbox Series X und S zu bringen. Helldivers, gerade in aller Munde sehr erfolgreich, ist der Nachfolger von Helldivers aus dem Jahr 2015. Der erste Teil war noch ein Top-Down-Shooter, jetzt wie gesagt Third-Person. Und ja, ganz ehrlich, meine Meinung zu Exklusives kennt ihr mittlerweile. Für die Unternehmen macht es finanziell eigentlich keinen großen Sinn, so sehr auf Exklusives zu pochen. Auch für Sony sind 25, 27 Millionen potenzielle Xbox-Spieler eine interessante Zielgruppe. Und andersrum auch für die Playstation-Spieler, umso größer die mögliche Basis ist, desto mehr Mitspieler findet man. Und umso mehr macht so ein Spiel wie Helldivers am Ende auch Spaß. Also müssen wir mal schauen, ob es da mal irgendwann eine offizielle Bestätigung zu gibt. Dann gibt es nächste Woche einen neuen Xbox-Showcase. Nein, kein richtiger Xbox-Showcase, sondern ein ID-at-Xbox-Showcase. Also es geht hier um Indie-Spiele. Das findet am Montag, den 29. April statt. In Zusammenarbeit mit IGN startet um 19 Uhr. Man kann es verfolgen auf den ganzen Kanälen von eben IGN. Was es da zu sehen gibt, ist komplett noch nicht bekannt. Genannt wurden unter anderem Vampire Survivors, Dungeons of Hinterburg, 33 Immortals und Lost Records Bloom and Rage. Dann kommen wir nochmal zu Fallout. Da haben wir jetzt ja schon in den letzten Wochen mal öfters drüber gesprochen, aufgrund der Serie. Auch dazu gibt es ja einen Podcast. Könnt ihr euch auch nochmal gerne anschauen oder anhören. Jetzt gibt es neue Zahlen von Fallout 76. 2018 erschien damals so ein bisschen sehr holpriger Start mit ordentlich technischen Schwierigkeiten. Mittlerweile gab es ja wirklich viele Patches und Updates, sodass das Spiel durchaus gut läuft. Jetzt hat Bethesda mitgeteilt, dass das Spiel in dieser Woche an einem Tag über eine Million Mal gespielt wurde. Oder von über eine Million Spieler so rum gespielt wurde. Und das ist ein Rekord für das Spiel. Seit 2018 hat es Fallout 76 nicht geschafft. Da kann man mal sehen, was für einen Impact andere Medien auf solche Spiele im Endeffekt haben. Denn ohne Serie wäre das hier sicherlich nicht passiert. Machen wir weiter mit Gerüchten. Und da geht es jetzt um Gears of War 6, beziehungsweise Gears 6. Dass Entwickler The Coalition an dem Spiel arbeitet, ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis. Hat man ja schon bestätigt, dass man sich damit beschäftigt. Aber offiziell angekündigt, offiziell vorgestellt wurde es bislang natürlich noch nicht. Jetzt gab es in den letzten Wochen und Monaten schon öfters mal Spekulationen, dass das Spiel im Xbox-Sommer-Showcase im Juni vorgestellt werden könnte. Auch das wurde offiziell nicht bestätigt bislang. Allerdings verdichten sich jetzt die Anzeichen dafür. Denn auf Twitter wurde der Synchronsprecher von Hauptcharakter JD Phoenix, Liam McIntyre heißt der Gute, gefragt, was denn jetzt nun mit JD in Zukunft passieren wird. Und da antwortet er wortwörtlich, ich weiß nicht. Ich denke, The Coalition wird es uns im Juni erzählen. Zwinker. Also, ich gehe mal davon aus, Gears 6 wird im Rahmen des Xbox-Showcase eine Rolle spielen. Ich hoffe ja immer auch noch auf eine Gears of War Collection mit den ersten Teilen der Reihe für Xbox Series X und S überarbeitet. Das wäre doch die schöne Sache. Dann gab es diese Woche einen kurzfristigen Zugang zum Xbox Game Pass, nämlich Star Wars Jedi Survivor ist erschienen. Genauer gesagt bei EA Play, aber EA Play ist ja Bestandteil des Xbox Game Pass Ultimate. Das heißt, alle Abonnenten können ab sofort als Sarcestis das Lichtschwert schwingen und das Imperium bekämpfen. Star Wars Jedi Survivor ist ja der Nachfolger des sehr erfolgreichen Star Wars Jedi Fallen Order aus dem Jahr 2019 und ist erst letztes Jahr für Xbox One und Xbox Series X und S erschienen. So, und dann kommen wir schon zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und da starten wir mit drei Nachzyklon, die es in der letzten Woche nicht mehr in die News-Folge geschafft haben. Einmal Prison Architect, das verschiebt sich um einige Monate, sollte eigentlich nächsten Monat erscheinen, im Mai. Jetzt soll es am 3. September erscheinen. Ja, gab da wohl irgendwelche Stabilitätstests, da ist man auf Probleme gestoßen. Die Ursachen konnte man zwar mittlerweile finden und beheben, aber dadurch sind wieder andere Probleme entstanden und so weiter und so fort. Also braucht man da jetzt noch ein bisschen mehr Zeit. Dann die nächste Verschiebung, City Skylines 2. Dauert auch noch länger und soll jetzt nicht mehr im Frühjahr erscheinen, sondern tatsächlich erst im Oktober für Xbox Series X und S. Der Vorgänger, der gibt es seit 2017 auf der Xbox, auch im Xbox Game Pass spielbar. Gilt ja als wegweisend und hat das Genre der Städtebausimulation wie kaum ein anderes Spiel geprägt in den letzten Jahren. Der zweite Teil läuft da seinen Erwartungen, seinen Ambitionen deutlich hinterher. Auf dem PC gibt es das Ganze ja schon mit teils starken technischen Problemen. Insofern tut die Verschiebung dem Spiel wahrscheinlich auf der Xbox dann ganz gut. Dann kommen wir mal kurz zu Visions of Mana. Das Rollenspiel soll ja im Sommer für Xbox erscheinen und da hatten ja einige von euch auch sicherlich auf einen Koop-Modus gehofft. Den wird es zum Start definitiv nicht geben, aber man schaut, ob man den vielleicht noch nachreicht. Denn irgendwie würde der angeblich die Dynamik, wie heißt das hier, die Dynamik auf dem Spielfeld und das Tempo der Geschehnisse stark beeinflussen. Also wer weiß, vielleicht kommt dann ein Koop-Modus noch später. So, kommen wir zu einem Trailer. Normalerweise spreche ich hier nicht groß über Videos, weil dann werde ich gar nicht mehr fertig. Aber das Spiel ist vielleicht mal ganz interessant angesprochen zu werden. Tales of the Shire, a Lord of the Wings Game wurde jetzt mit einem Trailer enthüllt, wurde bereits letzten September angeteasert. Und Lord of the Wings, da werden natürlich einige hellhörig und haben sich sonst was gewünscht. Also, jetzt ist klar, das Ganze wird ein sogenanntes Cozy Game. Also eher so eine Lebenssimulation. Man ist also als Hobbit im eigenen Dorf unterwegs, knüpft Freundschaften, nimmt am Alltag teil und so weiter und so fort. Also eher so ein sehr ruhiges Spiel zum Entspannen, aber sieht so ganz süß aus. Erscheint dieses Jahr noch für Xbox Series X. Und S. Dann kommen wir zum Gothic Remake, welches ja wahrscheinlich, ganz offiziell ist das noch nicht, noch im Laufe des Jahres erscheinen soll. Wurde jetzt eine Collectors Edition angekündigt, die man ab sofort im THQ Nordic Store vorbestellen kann. Für Xbox Series X und S, begrenzt auf 7500 Exemplare, kostet knapp 200 Euro und sie enthält einmal eine Schläfermaske, 34 x 24 cm groß, inklusive Wandhalterung, ein Notizbuch und ein Armband, jeweils aus Echtleder und den Soundtrack auf CD. Ja, dann kommen wir zu Releases bzw. Release-Terminen und da starten wir mit MX vs. ATV Legends. Das ist jetzt in Form einer 2024 Monster Energy Supercross Edition auf Disc für Xbox Series X und S erschienen. Enthalten sind einmal das Hauptspiel und dann auch noch der entsprechende DLC. Dann Dungeons & Dragons Neverwinter, da ist jetzt die Sage und Schreibe 28. Erweiterung erschienen. Adventures in Wildspace heißt das Ganze. Das Spiel ist nach wie vor kostenlos spielbar. Dann haben wir einen neuen Release-Termin für Morbid The Lords of Iron Souls-like und ja, mal was ganz Besonderes, denn der Release wurde tatsächlich vorgezogen um eine Woche. Statt am 23. Mai erscheint der Titel nun am 17. Mai für Xbox Series X und S. Dann haben wir einen Termin für Metaphor Wii Phantasio. Das Rollenspiel erscheint am 11. Oktober für Xbox Series X und S. Dann haben wir ein paar Neuankündigungen. Da starten wir mit Islands of Winds, ein Action-Adventure. Spielt in der nordischen Welt, also ist inspiriert von der isländischen Natur, von der isländischen Geschichte. Soll nächstes Jahr für Xbox Series X und S erscheinen und macht optisch, finde ich, einen ganz netten Eindruck. Schaut mal rein. Dann, ja, keine richtige Neuankündigung, denn Kaku Ancient Seal, heißt es, wurde schon angekündigt. Jetzt hat man aber nochmal bestätigt, dass das Spiel definitiv auch für Xbox Series X und S erscheinen wird. Aktuell läuft der PC Early Access. Im Sommer soll es dann für den PC erscheinen und danach will man das Spiel definitiv auch für Microsofts Konsole umsetzen. Dann eine sehr kurze Neuankündigung. Und zwar Green Hell, ein Survival-Abenteuer, gibt es ja schon seit 2021. Da hat der Entwickler jetzt so ein bisschen die Zahlen des ersten Teils bekannt gegeben. Über 5 Millionen Einheiten wurden verkauft. Denke ich mal. Das ist durchaus beachtlich. Und in einem Nebensatz sagte man, dass man jetzt auch die Arbeiten an Green Hell 2 begonnen habe. Eine richtige Ankündigung ist es nicht. Es gibt noch keinerlei Infos. Release-Termin. Das wird noch einige Zeit dauern. Ja, und dann die letzte Neuankündigung für diese Woche mit einem sehr sperrigen, sehr langen Namen. That Time I Got Reincarnated as a Slime. Ein Action-RPG. Basiert auf einem japanischen Online-Roman. Hierzulande eher bekannt die Anime-Serie Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Bisschen anders, aber auch nicht weniger sperrig. Ja, dazu gibt es ein Action-RPG. Bisschen mal ein Action-JRPG. Soll am 8. August schon für alle Xbox-Konsolen erscheinen. Ist ein 2D-Side-Scrolling-Rollenspiel. Naja, ihr wisst es. JRPGs und ich, das findet nicht mehr zusammen. Aber das muss für euch natürlich nichts bedeuten. So, dann kommen wir noch zu zwei Updates. Einmal Avatar von Tears of Pandora hat ein Update bekommen. Update 3.2, um genau zu sein. Das Spiel ist ja letztes Jahr für Xbox Series X und S erschienen. Jetzt gibt es mal wieder Fehlerbehebungen, Optimierungen, bla bla bla. Aber auch zwei neue Features. Einmal ein Schnellreisesystem zur Forschungsstation Alpha, sodass so lange Wege bisschen abgekürzt werden können jetzt. Und man hat die Frame-Rate des Action-Adventures nach oben korrigiert. Bislang lief das Ganze mit 30 Bildern pro Sekunde und jetzt verspricht man 40. Na immerhin. So, und dann noch Lords of the Fallen. Da ist jetzt Update 1.5 erschienen. Hört auf den Namen Master of Fate. Auch hier gibt es wieder Verbesserungen in Sachen Stabilität, Balancing und was weiß ich nicht alles. Aber es gibt auch neue Inhalte inklusive drei neuer Quest-Reihen. Schaut also mal rein. Ja, dann sind wir schon bei den Xbox-Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. War ja ein bisschen mehr los diesmal wieder. Wenn ihr es verpasst habt, dann holt es gerne nach. Den Link dazu gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Und damit kommen wir dann zum Spiel der Woche. Und wie eingangs schon erwähnt, habe ich mich damit so ein bisschen schwer getan. Denn das ist absolut nicht mein Genre. Und ich weiß hundertprozentig, dass ich dieses Spiel niemals selber spielen werde. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Und auf den Titel haben nun mal Millionen von Fans tatsächlich gewartet. Und das auch zu Recht. 2020 brach Ajuden Chronicle 100 Heroes bei seiner Kickstarter-Finanzierung alle Rekorde, indem auf der Plattform innerhalb von nicht einmal vier Stunden 500.000 US-Dollar zusammengekommen sind. Wenig später waren es dann über 4,5 Millionen. Nun ist das JRPG von Rabbit & Bear Studios sowie 505 Games endlich für alle Xbox-Konsolen erhältlich. Ajuden Chronicle 100 Heroes ist nach dem kleineren Ajuden Chronicle Rising aus dem Jahr 2022, welches als Prolog fungiert und die Vorgeschichte erzählt, das zweite Spiel der Reihe. Die Vorfreude vieler Spieler basiert dabei auf der Tatsache, dass der verantwortliche Game Director hinter dem Titel ein gewisser Yoshitaka Murayama ist. Und der war bei Konami ab 1995 für die legendäre Suikoden-Reihe zuständig, deren ersten beiden Teile voraussichtlich dieses Jahr auch für die Xbox in Form von Remaster erscheinen. Daher sehen viele Fans in Ajuden Chronicle 100 Heroes gewissermaßen den inoffiziellen Nachfolger dieser Klassiker und davon kann man sich ab sofort im Xbox Game Pass überzeugen. Ajuden Chronicle 100 Heroes erzählt eine Geschichte am Rande von Al-Ran, einem Geflecht aus Nationen unterschiedlicher Kulturen und Werten. Durch das Schwert und die magischen Runenlinsen wurde das Land von den Allianzen und den Angriffen der Menschen, Bestien, Elfen und Wüstenvölker geprägt. Das Galdianische Reich hat andere Nationen verdrängt und eine Technologie erforscht, die die Magie der Runenlinsen verstärkt. Nun sucht das Reich den Kontinent nach einem Artefakt ab, um noch mächtiger zu werden. Auf einer Expedition freuen sich der junge und begabte kaiserliche Offizier Sain Kessling und einen Jungen namens Nova aus einem abgelegenen Dorf an. Doch schon bald treibt das Schicksal die beiden in die Wirren des Krieges und zwingt sie, alles, was sie für richtig und wahr halten, zu überdenken. A Union Chronicle 100 Heroes ist ab sofort, wie gesagt, im Xbox Game Pass spielbar. Kaufen kann man es aber auch. Die Standardversion kostet 49,99 Euro. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und da tut sich mal wieder etwas weniger. Wir haben unter anderem Front Mission 2, MotoGP 24 und Splash, ein 2D-Kampfspiel mit einer durchaus interessanten Grafik und das für einen sehr, sehr schmalen Euro. Guckt mal rein. Ansonsten schauen wir uns das Ganze natürlich wie immer in der neuen Wochenvorschau am Montag hier gemeinsam an. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Kompakt Folge 183 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir immer gern ein Like und wenn noch nicht, geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.